Weiß es. Ach doch, ich weiß es. Er weiß es. Oder? Na, fast, fast in zwei Stunden. Ah, der Headmaster der Aufnahme, er weiß es. Wie ist Headmaster denn? Direktor. Aber es ist eben mehr schulig. Ja, aber Headmaster kann man auch sagen als halt. Ja, praktisch der Ober-, der Vorsteher, sag ich mal. Ja, das kann man tun. Ja. Ja, auf mir nachzurennen. Meint doch gar nicht. Jetzt ewiges Battle. Na ja, Klaas. Ja, Mittenpoint. In Kupnei. Schwarzpulver? Haben wir noch mehr Schwarzpulver? Schwarzpulver müsste bei 50 sein. Nee. Oder nicht? Doch, hier jetzt. Jetzt ist es drinne. Na ja. Ich kann nicht so viel. Ach genau, die muss auch noch mit rein. Nicht denn. Ich muss ja nicht in den Eingang gehen. Worum denn, ne? Ah, das ist ja mal komisch. Das ist aber eh mal aus dem Klaas. Ja, das ja auch so groß ist. Mhm. Da gehen ja 10 Minuten schon nur fürs ums Haus laufen drauf. Ja. So, ich will mal oben angucken. Wie sieht's aus? Ach, sagst du ja. Kommt mal gar nicht hoch. Kommt. Nee. Nee. Nee, ne, 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 Block ist ja zu viel, Alter. Da ist ja kein Fehler passiert. Nee. Ja, ist immer noch. Ja, das fällt. So. So. Die Kiste unter der Treppe. Die ist natürlich, ja. Ja. Ich wüsste mal auch nicht gearbeiten. Wo denn hin? Zum Holz. Ich kann nicht. Ach. Ja. Zum Holz. Wir haben nicht genug. Was? Erst wenn 10 Kisten voll sind. Dann. 10 Kisten. 10 Kisten. 10 Kisten. Naja. Bisschen Bohnenwil geschnappt. Und los. Das. Mehr Glas. Mehr Glas. Glas. So. Jetzt endlich mal. Und das zweite Geschoss fertig. So. Ja. Jetzt haben wir hier. Zweites fällt nur noch das dritte. Und wenn das dann erst noch da ist. Und wenn das dann erst noch da ist. Dann. Jo. Ja. Ja. So. 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 Genau so. Ja. Ach. Genau so. So meine ich. Es ist fast perfekt. Fast. Ja. Ja. Dann. Der kann mit weg. So. Dann wollen wir mal. auf zum Rollen. Wir könnten ja. Könnten wir. Er ist schön parallel. Parallel ist immer super. Äh. Äh, pfff, ja, wir können, nein, gehen wir mal aus. Mensch, wieso, wieso? Ich weiß es doch nicht, ich bin doch nicht bei dir. Ich ohne. Gut, ja, er ist nicht mehr ganz bei sich. Ja, das würde sogar, oh, ich weiß, 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 ich weiß. Wo soll denn der Keller hin? Na, ich wollte jetzt so metrisch auf der anderen Seite von dem Erdgeschoss sozusagen die Treppe runter in den Keller runter. Damit dieser komische Eindruck endlich mal herbekommt. Ja, das wäre mal gut. Oh, achso. Er muss doch jetzt. Ja, Mensch, hier muss er. Wir könnten hier auch, das wäre natürlich auch besser. Ja, das wollte ich vorhin schon tun, aber ich hatte nicht genug. Kellerstein. Ja, da muss ich dann von dem Grün ansetzen. Und hier kommen. Theoretisch. So, so. Der muss, glaube ich, das hier weg. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Zu viel. Zu viel habe ich hier auch gerade. Viel zu viel Holz. Ich sehe denn Holz immer noch ein bisschen. Ja, aber ich will die Bäume mal hier alle weg haben. Aus dem irgendwann brauchen wir es. Dann wird er am Lande, das wird doch nicht da. Deshalb sammle ich gravativ schon mal Holz. Naja, ist ja nicht schlecht. So, ich muss das nicht sagen. Ja, dann geht's weiter. Hä? Ach nee. Die Treppe funktioniert sehr gut. Ja, das ist ja gut. Ich muss ja mal was rum hinzusetzen. Ich muss ja nicht mehr sagen. Ich muss ja nicht mehr machen. das ist aber nicht so gut der untere abschneidet Das ist ein bisschen... Top... Ähm... Ja, um aufpassen... Ach... Meine Schaufel ist kaputt... Ich hab ja mal eine geben... Nee, ich komm schon klar... Was? Ja... Bin schon groß... Naja... Na komm... Also... Bleiben Sie mal ruhig... Ruhig... Hier, 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 hier... Höh... Als Löffel... Danke... So übrigens... Ja, es wird Nacht... Ja, ich bin auf dem Rollstrick... Jajaja... Ja... Geht ja gleich los... Mensch... Ja... Mensch... Mensch... Mensch ist eine... Lebensform... Der wir angehören... Der Mensch... Homo Sapien... Naja... Manche von uns sind da eben mehr... Hehehe... Mehr Sabling... Ja... Genau... Sabling... So... Ich bin auf dem Rollstrick... Vielleicht... Vielleicht... Ja sogar... Funktioniert es... Es funktioniert... Es funktioniert... Puh... Die ganze Nacht... Bis zum Haus durchgerannt... Puh... 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 Was schwebt denn da rum? Puh... Puh... Hier... Na... Nachttische... Und warum schweben die? Wieso denn eh? Kannst sogar Fackeln draufsetzen... Puh... Puh... Leider nicht... Puh... Ich setze es dann automatisch an der Wand... Puh... Hier... Puh... Warte... Da... Hm... Ich... Du... Jedenfalls... Ähm... Hm... Ok... Halt... Stopp... Das ist... Das ist... Das ist... Ah... Perfekt... So... Puh... Ich noch... Nein... Nein... Ich... Ja... Jetzt zu 3... das war genau gegen kopf gebaut die treppe hier hinten ist noch so ja die ist noch ein bisschen komisch mit 2 x 2 jetzt wo kannst du nicht machen euch das also reihe halt praktisch wie hin in der mitte und dann immer drumherum es muss auch perfekt weil wir sind ja hierbei damit das perfekte karate gut genug so in wasser ein behalte ich mal nur könnte ja das ist natürlich das muss jetzt ja alles könnte man denn es geht so was wollte ich denn nachher genau ich wollte ein wenig eisen entführen ich habe halt nur noch händen oder händen das sollte langsam langsam mal in angst genommen werden so du kommst da nicht wir haben eine tolle technik sand und er das übrigens hier unter der in der kiste unter der beppe da sind wir schon alles klar äh ja nicht alles ach so was genau da kommst du oder wo es gerade weg ist Das war's für heute.